Wir sind die große Halle. The Great Hall. Sieht irgendwie auch schon so boss-mäßig aus. Moment, ne, das ist aber erst Mission oder Map 7, das heißt der Boss kommt erst in der nächsten. Sieht irgendwie so aus, so große Räume und eine Plattform in der Mitte. Das ist ja auch die große Halle. Was sind diese Dinger da unten? Da flogen eben so Lava-Kugeln, Dinger rum. Hier ist ein Herion. Okay, jetzt habe ich irgendwie keine Munition mehr. Oh doch, ich habe noch 40 Schuss für diesen Raketenwerfer-Zepter-Teil. Raketenwerfer-Zepter. Ja, damit wo du dich immer selber tötest. Ja, weil ich cool bin. Weil du es kannst. Hier fliegen immer so Lava-Dinger irgendwie raus. Töten die einen? 4 Secrets gibt es? Hast du den Schalter gedrückt? Ja. Ich komme mal wieder hoch. Ähm. Zählt das jetzt? Ja, schade. Wo kommt man, wie kommt man hier weg? Wo weg? Ach, da hier so ein Scheitern. Ja, dann kommt wieder auf zugrunde. Gargoyle. Oh. Oh. Gut, man sollte ein bisschen aufpassen damit. Ja. Das mache ich auch immer. Ja, ja. Da hinten. Ich glaube, wir müssen da hinten rein. Vielleicht. Fuck off. Oh, genau. Ich höre hier doch irgendwie noch was. Oder sind das die Skorpione, die ich höre? Ich weiß es nicht. Stirb. Achso, ich habe ja noch meinen Ring hier. Wer trifft mal einen Ring ins Feuer? Unverwundbarkeitsring. Oh. Lasst mich sie alle brutzeln. Oh, Munition. Hier will ich gar nicht erst reingehen. Hier will ich auch gar nicht erst reingehen. Lass mich reingehen. Oh Gott. Denn ich bin unverwundbar. Ist ein Argument. Ja. Hier war eine Fackel. Eine Fackel. Fockel. Bist du? Ja, du bist hier. Bei den Steinmenschen. Da sind Handschuhe. Haben wir schon. Hier war noch eine Tür. Ja, hier. Die ist... Achso. Gelber Schlüssel. Das ist gelb. Der ist hier oben. Und da oben ist ein Ei, habe ich gesehen. Und das sieht aus wie ein Secret. Das geht aber noch nicht auf. Oh, ich habe den gelben Schlüssel. Warte, ich kaufe ihn noch. Oh, ach hier. Wir kommen auf die anderen Sachen hier rauf. Hinspringen. Man kann nicht springen. Einlaufen. Ja, ich habe das Ei. Hast du den Schalter da gedrückt? Ja. Weiß ich nicht. Hat er vielleicht das Secret hier aktiviert? Was welches? Naja, hier. Die Wand sieht wieder so anders aus. Ich denke, da ist was hinter. Und da oben ist so ein Ding, was einen runter zerstampfen könnte. Ich drück nochmal. Geht nicht. Okay, dann nicht. Haben wir noch irgendwas anderes außer der... Ja, da hinten geht es noch weiter. Außer der gelben Tür. Hier ist ein Rucksack. Und das hier sieht irgendwie verdächtig gefährlich aus. Hm, gelbe Tür. Aber es passiert nichts. Haben wir sonst alles? Dundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundundund hier ist nur ein schalter nur ein schalter ich habe ihn gedrückt ist jetzt das secret offen also dieses andere hier hier ja es ist offen dann war es gar kein secret das war der ganz normale weg was ist das ist das der grüne schlüsse her wo bist du da oben noch gar nicht kann man das drücken auf der anderen seite ist auch eine tür hier ist bestimmt ein hebel nein aber hier ist die schriftrolle ja schriftrolle ich sehe ganz viele graue bereiche wir haben bis jetzt kein secret was ist das hier unten aber auch noch ganz viel das ist erst mal hier rechts jetzt kommen die ganzen gegner schon du hast ganz viel geld angelockt ganz viel schild mitgebracht steht und so ein paar andere fischer alles tot so du wurdest gekillt da oben ist so ein viech hier ist wieder chaos device was ist hier er soll wieder den weg finden du darfst halt nicht immer sterben so das viech kommt da oben irgendwie nicht runter was ist das hier ist ein schalter wo gehst du her ach so hast du den schon gedrückt scheinbar habe ich aber dahinter geht es doch irgendwie noch ganz dahinter ist ein riesiger grauer bereich ja da kommen wir bis hier durch die tür hin die tür die gar keine tür ist das ist nur eine wand ist auf der karte so was dann würde ich sagen gehen wir erstmal hier runter gargäule noch mehr noch mehr gargäules hier ist das was hinter ne das ist von der mannseite hinter dem nackten mann ist irgendwas aber ich glaube das ist nicht von hier aus irgendwas ist nein ich will auch es wird ganz schön langsam runter hier brauchen wir eine blaue karte die wir noch nicht haben ah gargäule was geht hier ist das ein secret beachte auf mich ne ist das nicht ich glaube ich bin auf der falschen seite bei mir ist einfach gar nichts wir kommen nur zurück zum anfang hier ist nur kram oh bei mir geht es hier auf hier ist aber kein secret gewesen hier oh hier ist was aufgegangen die tür wo du eben warst die keine tür war ist aufgegangen oh oh ich habe ja noch ein ei hier nimmt das ei ich habe vier ja vier gegner auf einmal verwandelt hier ah die kinder greifen mich an das ist aber ein großes secret äh ja und da geht es auch noch irgendwo weiter oh Gott oh Gott da unten ist alles voll mit gegnern ah dann dann nimm doch den ring der unverwundbarkeit ich habe aber keinen ich habe einen der lag hier unten also dann musst du ihn ja annehmen ja habe ich schon ich habe es umgebracht also wegen dem kopf und hier sind noch ganz viele gegner hinter dem gitter äh wer beschießt mich denn da oh lol stirb stirb okay gibt es hier vielleicht wieder ein secret im secret nö ich glaube hier kommen wir nicht durch hier ist auf jeden fall alles tot du hast alles umgebracht ich habe sie alle umgebracht ich habe sie umgebracht blaue tür äh wo war die blaue tür äh ach da ja die wir haben den blauen schlüssel nicht was haben wir nicht nein also ich nicht guck mal hier hinter ist noch irgendwie was aber wie kommt man da hin keine blaue tür ähm hinter dem nackten mann wie kommen wir hinter den nackten mann fährst du gerade wieder da oben hin also da hoch ja okay vielleicht kann man von da aus dahin springen ähm irgendwo war noch hä hier ist irgendwas aufgegangen das ist noch ein riesiges secret mit einem riesigen langen gang warum öffnet sich das einfach immer so ist merkwürdig ja wo bist du denn ja ich bin da zurückgegangen und dann ja genau da da halt halt verkehrt verkehrt nein verkehrt du musst zurück okay da und jetzt links äh rechts ja genau da oh okay ich habe nur gerade nur nach der Karte geguckt hier sind Kanonenkugeln Kanonenkugeln die wilden Bälle oh ich habe schon wieder Bock auf Toome hab hier eigentlich auch die Kanonenkugeln? weiß ich nicht oh ja habe ich fling 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 den grünen den grünen haben wir auch nicht äh ja stimmt dann sollten wir mal den grünen holen wo ist denn der grüne? der war in diesem dunklen Raum äh wie kommt man denn hier rein? ne der war doch nicht in dem dunklen Raum verdammt wo war denn der grüne Schlüssel? er war auf jeden Fall so abgehoben da das ist doch irgendwo hier aber ne ah hier ist der grüne Schlüssel aber der ist auch untergefahren hä? wo bist du? äh du musst äh in das Secret rein? ja jetzt geradeaus weiter also an der linken Wand weiter ja warte ach so genau das war eben noch nicht stimmt wo ist jetzt die grüne Tür? die habe ich eben schon gesehen oh da am Anfang ist die wenn wir durch das Secret durchgehen äh hier lang dann kommen wir da glaube ich hin oder? ich bin schneller ja kling 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 meine Güte davon hat man echt ganz schön viel Munition ich habe mal wieder Bock auf Turm aktiviert ja gut wenn man das ganze Level über immer nur einsammelt und nie davon verschießt dann kann das schon mal hinkommen und der blaue Schlüssel das ist ja wie bei Series 7 so wie mit der Kanone du kannst die Leute einfach umkegeln jetzt habe ich keine Munition mehr dafür ähm kann ich hier durchschießen? oh man kann die Kugeln da durchschießen ok wie kommen wir da unten denn hin? äh dann kommen wir gleich noch hin Moment ich hä? ab durch die blaue Tür ach so da ja da kommen wir nicht hin warte auf mich tu ich doch jetzt bist du schon wieder bei der blauen Tür hier ist auch noch irgendwas und? ich warte hier auf dich ähm wie kommen wir denn hier hin? hier? oh hier ist ein Schalter der irgendwas aufgemacht hat ah Mist das ist Lava wo komm ich da hin? Moment ich muss durch die Lava laufen ah 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 ich hab dieses Zepter nochmal gefunden warte wie komm ich hier wieder weg da? hier ist noch ein Schild jetzt bin ich ganz am Anfang bei der Lava ah fuck 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 okay ähm blaue Tür ich muss äh ich ich muss hier lang glaube ich ja und dann muss ich äh den langen Gang nach unten ja ich hab jetzt drei Secrets und das letzte ist hier links aber wie kommen wir da hin? hinter den nackten Mann hast du hier schon Leute getötet? ein hier sind Brandflecken einen oh keine Kanonenkugeln mehr ich versuche nochmal von hier oben aus äh zu dem nackten Mann hinzuspringen vielleicht klappt das ja ja irgendwie ich könnte mir eigentlich denken dass der irgendwie runterfährt oder so es fehlen noch fünf Gegner ja das geht ich hab hier was gedrückt da ist eine ja der fährt der fährt hoch ja ich hab es was? ja oh ja oh da muss ich hier rechts hoch ist egal wo du hoch gehst ach so ok oh jetzt muss ich warten bis es wieder runterfährt aha also nackt ist er gar nicht ja aber er ist so halbnackt was machst du gerade? ich sehe nur deinen Stab immer aufblinken eigentlich hab ich die Hände in der Hand ach so einfach laufen? ja ja ah ok ja 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 alle Secrets ja es fehlen aber immer noch fünf Gegner ja wir sind ja noch nicht durch doch stimmt da ist ja noch so ein kleiner Raum ich dachte hier wäre jetzt direkt nein Ende stirb jetzt sind wir durch jetzt fehlen noch vier Gegner warum ist immer so ein Magier in diesem Raum drin? und jetzt ist der Magier nur noch so ein kleines Häufchen da unten auf dem Boden das ist lila ja ach komm na gut das war die große Halle das war die große Halle Bis zum nächsten Mal.